So, willkommen zu einer neuen Folge von Opinion on Tour. Ich stehe hier auf einer Burganlage am Rand eines ziemlich bergigen Landes. Sieht schön aus, nur bin ich gerade in einen Schneesturm geraten, der gerade vorbei ist. Kleiner Tipp, das kommt hier häufiger vor. Wo bin ich? Die Aussicht ist auch sehr schön, wenn man was sehen könnte. Und hier die Anlage nochmal von oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020